Herzlich Willkommen bei Tutorpolis TV, heute werde ich euch zeigen wie beim Nokia Lumia 620 das Glas bzw. den Digitizer ganz einfach wechselt. Also folgt mir in die Werkstatt, los geht's. So fangen wir mal an. Als erstes schalten wir das Nokia aus, entfernen das Backcover und holen den Akku raus. Wenn es wie in diesem Fall nicht möglich ist das Gerät auszuschalten, dann könnt ihr ausnahmsweise den Akku entfernen ohne das Gerät auszuschalten. Jetzt den SIM-Tray entfernen. Anschließend entfernen wir 3 Torx Schrauben und lösen den Lautsprecher. Jetzt entfernen wir noch 3 weitere Torx Schrauben, um die Abdeckung der Kamera zu entfernen. Als nächstes lösen wir mit einem Plastiktool beide Stecker vom Display. Nun lösen wir 3 Clips um die Platine entfernen zu können. Anschließend lösen wir den Lichtsensor und die Hörmuschel von der Befestigung. Um das Mittelframe entfernen zu können müssen wir die Metall Clips an der Seite lösen. Als nächstes entfernen wir sehr vorsichtig das Display ohne es mit den Fingern zu berühren, da es ansonsten hässliche Fettflecken bekommt. Jetzt erhitzen wir das Glas außen herum auf ca. 80 Grad damit es sich besser lösen lässt. Nun können wir mit einem flachen Metall Tool das Glas vom Rahmen trennen. Und das stitchern wir zerstören. Das ist שמ� substantial. Man kann sich jetzt zum Beispiel auf dem completely Deus. Es gibt nur noch mal die evidente Fingern das Glas. Wir freuen uns nach. Wir freuen uns nach. Wir freuen uns. Und wir freuen uns. Wenn uns auch noch mehr. Wir freuen uns nach. Wir lieben uns beim Nachfragen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Anschließend entfernen wir außen herum so gut wie möglich alle Kleberesten, damit das neue Glas hinterher perfekt anliegt. Als nächstes bringen wir außen herum ein dünnes doppeltseitiges Klebeband an. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt entfernen wir die Schutzfolie des doppeltseitigen Klebebandes. Nun bringen wir das neue Glas bzw. Digitizer an. Achtet beim Kauf des Ersatzteils darauf, dass der Digitizer Chip bereits drangelötet ist und man es nicht noch selber machen muss. Als nächstes schieben wir das Flexkabel durch den Schlitz und achten darauf, dass es nicht eingeklemmt wird. Jetzt bauen wir das Nokia in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Anschließend noch das Display einbauen. Danach die Hörmuscheln und den Lichtsensor in die richtige Position bringen. Nun bringen wir das Mittelframe an und achten darauf, dass alle Clips einrasten. Als nächstes bauen wir das Mainboard wieder ein und verbinden die Flexkabel, auch hier müsst ihr darauf achten, dass die Clips einrasten. Jetzt kommt die Kamera und Lautsprecherabdeckung wieder dran. Anschließend drehen wir die Schrauben wieder rein. Und zu guter Letzt setzen wir den SIM-Tray und den Akku ein und befestigen das Backcover. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt müsst ihr nur noch prüfen, ob das Handy einwandfrei funktioniert. Ich konnte es in diesem Fall leider nicht machen, da ich den Pin des Handys nicht wusste, aber ihr werdet euren Pin sicherlich kennen. So Leute, ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare, diese Fragen werden dann einfach bei Marco Verzelt hier oben einfach beantwortet und hier kommt ihr zu einem weiteren Nokia Tutorial und nicht vergessen mich zu abonnieren, favorisieren und einen Daumen nach oben zu geben, so könnt ihr anderen Leuten helfen meine Videos zu finden, also dann Leute bis dahin, ciao.